Keine Panik, meine Damen und Herren, wir senden weiter. Über tele-dmw.de und tele-dmw.com können Sie Ihre Sendung jeden Sonntag natürlich weitersehen. Wir dürfen YouTube nicht mehr benutzen. Wir haben nämlich Windows XP. Bisher haben wir mit dem Creator Studio Classic gearbeitet. Aber das dürfen wir ab Ende März auch nicht mehr. Und somit haben wir keinen Zugriff mehr auf den eigenen Kanal. Natürlich würde das mit Windows 10 gehen. Aber unsere Video- und Audio-Programme laufen nicht darauf. Deshalb bleiben wir bei Windows XP und suchen uns einen anderen Hoster. Die Suche ist sehr schwierig. Er muss ja kostenlos sein. Es sollen ja keine großen Kosten entstehen. Einige haben wir schon ausprobiert und die sehen Sie schon auf unserer Startseite der Homepage. Und so manche sind nicht gut. Aber wir testen weiter. Wenn Sie noch einen Video-Hoster kennen, den wir noch nicht ausprobiert haben, teilen Sie uns den doch mit. Wir sehen uns auch im April wieder. Schönen Dank für Ihr Verständnis und kommen Sie uns besuchen auf tele-dmw.com oder tele-dmw.de Das ist alles glaube ich aber immer wieder als noch auf terrified kann. Gehre利ge. etwas an die Glockeriero.